Servus Leute, was geht? Calvin von CheckNotizen am Start. Heute ein neues Tipps und Tricks Video. Heutiges Thema Jugendspieler und die allgemeine Jugend. Wir werden gemeinsam drüber schauen, was macht ihr, was habt ihr für einen Nutzen, wie geht ihr es am besten an. Alles langsam Step by Step und ich würde sagen, ich fange direkt an. Fangen wir erstmal mit dem Punkt an, wie bekommt ihr Jugendspieler? Es gibt ja die U19 und die U17. Also, es gibt die Möglichkeit, manchmal ploppen random Jugendspieler auf. Immer aufnehmen, niemals nicht aufnehmen, immer machen. Ihr könnt Jugendspieler abwerben von anderen Vereinen. Ist aber sehr, sehr teuer, würde ich nur bedacht machen. Ihr könnt pro halbes Jahr einen Sichtungstag machen, wo ihr auch einen Spieler verpflichten könnt. Würde ich immer machen und auch wenn da nur schlechte Spieler drin sind, immer einen Spieler verpflichten. Hinzu gibt es Jugendcamps. Dazu wird ein extra Video kommen und durch die könnt ihr euch massenhaft Jugendspieler holen. Guckt einfach mal kurz bei mir rein. Ich habe aktuell 165 Spieler in meinen Jugendcamps. Kommen wir aber zu den Spielern. Was mache ich mit den Spielern? Auf jeden Fall behaltet ihr eure Jugendspieler. Ihr kündigt keinen. Und wenn ein Hannes Tietze rumrennt mit 3,5 und kein gutes Bild hier und kein besonderes Talent. Ich behalte den, weil ich zahle für einen Jugendspieler nichts. Wenn dieser Jugendspieler aber aufsteigt, da kommen wir jetzt eher in Richtung U19. Hier habe ich zum Beispiel einen mit 12,8. Ich habe hier einen Golden 1, Gold 1, Silber 5 etc. Ihr kriegt Manager-Punkte. Manager-Punkte hier oben, euer Balken für das Trainer-Level. Das heißt, auch wenn ein Spieler gar keine Chance hat. Zum Beispiel Rodrigo Lobo wird wahrscheinlich wenig Chance haben, bei mir jemals in der ersten Mannschaft zu spielen. Das heißt, ich könnte ihn auch jetzt schon raushauen oder ich könnte ihn hochziehen und vergucken, ob ich ihn für 2, 3 Millionen verkauft kriege. Nein, ich behalte ihn bis zum Ende, damit ich die maximale Anzahl an Manager-Punkten aus meinen Jugendspielern herausquetsche. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Abwerben. Da möchte ich noch mal genauer reingehen. Was? Hier werden mir zum Beispiel Spieler vorgeschlagen. Galatasaray, Athletic Bilbao, Manchester City, Porto, Greuther, Fürth, Austria, Wien, Montpellier. Ihr seht ganz viele unterschiedliche Ligen. Das hat was damit zu tun, wie euer Netzwerk ausgebaut ist. Umso besser euer Netzwerk ist, umso mehr Jugendspieler seht ihr auch aus diesen Ländern. Und euer Netzwerk könnt ihr ausbauen, indem ihr Nationaltrainer werdet, indem ihr helft. Da kommt manchmal diese Aufplopp, möchten sie dem Trainer Informationen geben. Immer ja machen. Und ganz arg wichtig, das ist schon fast ein Cheat, ihr geht auf Transfers und könnt hier automatisch einmal die Woche sondieren. Und da wechselt ihr alle paar Wochen. Das Land macht dann mal Italien rein. Zack, geht da alles durch. Ups, ändert hier das Land auf Italien. Und jetzt wird Italien automatisch einmal die Woche sondiert. Und dadurch ballert ihr euer Netzwerk hoch und seht viel mehr Jugendspieler. So, was mache ich aber, wenn ich einen neuen Jugendspieler bekomme? Wenn ihr einen neuen Jugendspieler bekommt, wir nehmen jetzt mal einen relativ frischen, wir nehmen jetzt Socke-Sockenschwitzer. Ihr geht direkt auf Trainingsziele ändern und ihr stellt direkt alle fünf Ziele ein. Wenn ihr einen neuen Jugendspieler habt, stellt es ein, weil die KI, die das hier raussucht, was, das ist einfach random. Und da kommt oftmals Bullshit bei rum. Stellt es direkt ein. Fünf Ziele, bis die mal erreicht sind, dauert ewig. Das heißt, direkt einstellen. Nächster Punkt ist das Internat. Ihr könnt im Clubgelände Internatsplätze bauen. Und diese Internatsplätze könnt ihr hier Jugendinternat ausstatten. Ich habe zum Beispiel 50 Plätze, 30 davon sind belegt. Ich haue immer alle rein. Internat heißt, der Jugendspieler verbessert sich 30% schneller als ein Spieler, der nicht im Internat ist. Nicht jeder hat aber so viel Platz. Was dann natürlich logisch ist, dass ihr eure besten Spieler immer ins Internat reinballert. Und wenn ihr aber so wie ich genug Plätze habt, ich mache jede. Jede Krücke kommt da rein. Einfach nur, damit er sich schneller verbessert und ich mehr Punkte kriege. So. Ihr seht jetzt hier, nächster Punkt ist, wann verpflichte ich Spieler. Hier sind Spieler blau hinterlegt. Das heißt, dieser Spieler wird noch diese Saison in der Jugendakademie bleiben. Und danach ist er weg, wenn wir ihn nicht hochholen. Wenn ihr Schlafmützen seid, ist mir auch schon passiert. Einfach mal rechtsklick. Jugendspieler für spätmöglichste Verpflichtung vormerken. Das könnt ihr eigentlich bei fast jedem Spieler machen. Dann wird euch automatisch am Ende der Saison, wenn ihr vielleicht nicht dran denkt, ihr seid abgefuckt oder glücklich, wird euch vorgeschlagen, bevor ihr die nächste Woche startet, hey, den Jugendspieler müssten sie jetzt verpflichten, weil ansonsten ist der weg. Auf jeden Fall machen kann euch nicht schaden. So. Wann verpflichte ich aber einen Jugendspieler? Hier zum Beispiel habe ich einen 12-8er mit einem guten Bild, einem Megatalent, 4 Sterne. Noch super ausbaufähig. Warum verpflichte ich den nicht direkt? Ich möchte den Jugendpreis gewinnen für Managerpunkte. Ich könnte den, natürlich, wenn ich jetzt manchmal habe ich in der zweiten Mannschaft Probleme auf manchen Positionen, dann hole ich irgendwelche Krücken hoch, die jetzt eh nicht krass sind. Aber die krassen Spieler wie ein 12-8er, 10-6er, 10er, 10-9er lasse ich drin. Und am Ende vom Jahr kommt das Rating. Und da die Bonusse, weil der Bonus geht auch auf euren Spieler. Das heißt, euer Spieler wird stärker, ihr kriegt Geld und ihr kriegt Managerpunkte. Deshalb lasse ich Spieler so lange wie möglich, im Normalfall vor allem die guten Spieler, in der Academy. Was mache ich jetzt aber mit einem schlechten Spieler, wenn der fertig ist? Ich sage mal hier, nehmen wir jetzt hier zum Beispiel 7-7. Wird bei mir jetzt kein krasser Spieler werden, ist 18. Nur mal kurz, ich spiele mit dem VfB. Ich habe hier, sage ich mal, 12 bis, ich habe sogar 16-5, ein Stufe 16er. Der wird bei mir jetzt nicht die große Rolle spielen. Aber ich merke ihn mir auch vor, vormerken. Und dann hole ich hier die zweite Mannschaft. Da zahlt ihr kaum wenig Geld für den Spieler. Und ich scherbele den einfach auf Transferliste. Fertig. Den sie anbieten und so ist mir dann zu großer Film. Ich scherbele den auf Transferliste. Entweder der verbessert sich in der zweiten Mannschaft, der kann ja trotzdem auf den 10er, 11er steigen. Und dann kriege ich noch viel Geld oder ich verscherbele den relativ schnell für 4-5 Millionen. Es ist kein Nachteil. Weil das, was ihr in der zweiten Mannschaft zahlt, ist so gering. Würde ich immer machen. So. Jetzt habt ihr einen relativ guten Jugendspieler. Nehmen wir zum Beispiel Ipate. Ibi Ipate. Der könnte bei mir theoretisch schon in der ersten Mannschaft aushelfen. So als fünfter Verteidiger. Ich habe ja auch einen 11-1er zum Beispiel. Warum mache ich das aber nicht? Warum versuche ich die Spieler immer erst in die zweite Mannschaft? Außer zum Beispiel mein 12-8er. Der wird wahrscheinlich direkt hochgehen in die erste. Aber sonst hole ich fast alles in die zweite Mannschaft, weil ihr dort viel weniger Gehalt zahlt. Holt ihr mal einen Spieler für die erste Mannschaft und schiebt ihn dann in die zweite. Zahlt ihr das Fünffache an Gehalt für einen Spieler, der dann einfach nur in der zweiten Mannschaft kickt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Trainer. Ausbildungsschwerpunkte. Ihr braucht einen guten Jugendkoordinator. Und ihr braucht einen guten Jugendtrainer. Habe ich zum Glück jetzt alles mit 5 Sterne hier. Umso mehr Sterne die haben, also Stärke. Umso besser könnt ihr hier Ausbildungsschwerpunkte verteilen. Ich verteile immer am meisten auf technische Fähigkeiten. Technische Fähigkeiten heißt, der Spieler lernt schneller hier seinen Fähigkeitsbaum. Das ist für mich das Wichtigste, weil Rennen und Kämpfen und taktische Ausbildung, ja, das kann man auch nach oben lernen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Technische Fähigkeiten sind wichtig. Ihr seht, viele Spieler von mir sind schon ausgelernt, weil ich das so hoch habe. Finde ich ultra geil, wenn ich einen fertigen Spieler hochkriege. Finde ich super. So, um eure Jugendspieler einen kleinen Push zu verteilen. Jugendtraining anschauen. Macht es nicht jede Woche. Braucht ihr nicht. Macht es einmal im Monat. Macht es zweimal im Monat. Wenn ihr die Zeit dafür habt und euch nicht zu sehr belastet mit den Stunden. Schaut es an. Es ist nicht definiert, wie groß der Bonus ist, den eure Jugendspieler dadurch haben. Aber es gibt einen Bonus. Nehmt den mit. Wenn ihr es vergesst, ist nicht schlimm. Aber ab und zu mal dran denken, reinhauen. Dann haut auch gleich beide rein. Nicht immer nur einen. Dann habt ihr das auch so ein bisschen kombiniert. Und dann werden eure Jugendspieler noch mal einen kleinen Tick besser. Kommen wir zum letzten Punkt. Jetzt spielt ihr das Spiel vielleicht auch schon ein paar Jahre. Also Spieljahre. Denkt euch, Alter, warum hat der so eine krasse Jugendakademie 10, 10,6, 12,8? Das kommt mit der Zeit. Jugend ist ein Geduldsprojekt. Ich habe schon Ewigkeiten. 30 Jugendcamps. Auf Max. Auf alle. Optimal. Das dauert so lange, bis ihr eine gute Jugend kriegt. Und dann bleibt ihr aber auch konstant gut. Wenn ihr konstant gut bleibt, dann bleibt die konstant gut. Und ihr könnt super Jugendspieler abwerben. Hier zum Beispiel Kerem Güney. Gefällt mir jetzt nicht vom Bild her. Aber hätte der ein besseres Bild, wenn wir mal kurz weitergehen. Hier zum Beispiel Miguel Hillinger, 10,4, 17er. Den werde ich anfragen. Und so pumpe ich auch meine Jugendmannschaft voll. Deshalb Zeit nehmen. Ihr werdet nicht eine Jugendmannschaft aufstellen und nach... Und ihr habt in eurer ersten Mannschaft 8er rumrennt und in der Jugendmannschaft rennt ein 12-8er rum. Das wird nicht passieren. Deshalb Zeit mitnehmen. Das soll es auch gewesen sein. Hips und Tricks. Die Jugendarbeit. Die internationale Jugendcamps wird ein eigenes Video. Wir sehen uns. Haut ihr rein. Ciao, ciao.